Jessica Paschka und Johannes Haller haben ihre Liebe erst vor wenigen Tagen öffentlich gemacht. Das feierten die Ex-Bachelorette und ihr Zweitplatzierter auch gleich mit romantischen Pärchenfotos auf Instagram. Doch Fans fiel dabei vor allem eines ins Auge. Ein vermeintlicher Photoshop-Fail. Auf dem Bild, was Johannes auf seinem Account postete, sieht sein Bizeps deutlich umfangreicher aus als auf Jessicas Foto. Hat der Ibiza-Auswanderer also wirklich seine Muskeln retuschiert? Jessica klärt das Gerücht in ihrer Instagram-Story auf. Weder die Fotografin, die die Bilder geschossen hat, noch Johannes selbst hätten die Aufnahmen bearbeitet, so Jessica. Der optische Unterschied läge lediglich darin, dass der Arm auf einem Foto angespannt ist und auf dem anderen nicht. Das ist der Unterschied zwischen den Bildern, die uns unterstellt werden, beziehungsweise, dass hier an dem Arm was geändert wurde. Es ist einfach nur eine andere Haltung und ich würde sagen, dass er hier den Arm mehr anspannt als hier. Also, es ist einfach nur ein Alexandria, die wir in einer Foto angespannt als hier und die Musik 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 Musik